also ich fahre gerade mit diesem demon und ich habe einfach angst herzlich willkommen zu einem neuen video von der firma autopartner heute habe ich was außergewöhnliches für euch und zwar ich weiß nicht welche profis das schon erkennen können wir haben zwei schlüssel haben einen roten schlüssel und einen schwarzen schlüssel der schwarze schlüssel ist der kleinere der begrenzte schlüssel da gibt es ungefähr 500 ps und der rote schlüssel der entfacht die volle leistung und zwar von dem hier vom demon wir haben challenger demon hier stehen das ist dieses wundervolle gefährt 3.300 exemplare gebaut 850 ps und ein knaller motor man gucke bitte auf dieses dämonen logo was auf dem motorblock drauf ist wir haben den großen hemi superchade mit über sechs litern hubraum dann haben wir diese 315 reifen das sind ultra heftige semi slicks auf 18 zoll die sind einfach super breit mit der brembo bremse und das auto ist limitiert auf 3.300 stück und hier können wir das sehen und hier haben wir die nummer 979 von hinten man kann sich das gar nicht vorstellen wie breit dieses auto ist wie breit dieser arsch wir haben hier die verbreiterungen das sind hier die sind ausgestellt dadurch wirkt er natürlich noch mal böser und noch mal aggressiver von innen sieht er relativ ähnlich zu allen anderen challengern aus aber ich zeige euch doch mal den innenraum wir haben natürlich die typischen runden elemente aber was ihn ausmacht dass das ganze weiß ist und dieses geile dimmelo ihr habt den warnentweis gesehen roter schlüssel in verwendung der rote schlüssel ist halt unheimlich brutal weil der halt die volle leistung entfacht und damit muss man erstmal zurecht kommen wir sind damit ein stück gefahren weil wir den überführen mussten brutal also die leistung ist wahnsinn was dieses auto an bums unter der haube hat ist phänomenal also ich fahre gerade mit diesem demon und ich habe einfach angst es sind zwei grad aus temperatur und wir haben ganz leicht nildregen und ich bin gerade schon mit 30 kmh auf die autobahn auffahrt gefahren und ich habe einfach total schiss hier mal gas zu geben weil er so giftig und so gierig am gas ist dass ich angst habe mit diesen semi slicks dass der mir einfach weg geht deswegen fahre ich jetzt hier jetzt auch baustelle gerade aber ansonsten fahre ich hier mit 100 über die autobahn das ist einfach wahnsinn das ganze hervorstellen und der tank ist halbvoll und er zeichnet rechtsreich weiter von 129 kilometer das finde ich noch viel geiler was auch geil ist beim demon ist zum einen dass wir natürlich diesen absolut monströsen lüftungsschlitz hier haben er die ganze luft ansaugt aber zusätzlich haben wir hier die scheinwerfer also beziehungsweise ein scheinwerfer und das loch dient auch der luftansaugung das heißt von weitem denkt man okay du hast jetzt zwei normale scheinwerfer aber in wirklichkeit hast du hier nur den beleuchteten led ring drumherum und das ist der direkte kanal noch für zusätzliche luftansaugung des motors dann haben wir unten diesen charakteristischen gelben kantenschutz die eigentlich nur für den transport gedacht waren die aber viele leute dran lassen weil sie unheimlich cool finden macht natürlich auch noch mal was her also in summe ist das ein ganz ganz brutales auto ja das war wieder mal ein kleiner überblick was bei uns so passiert und danke fürs zuschauen auch wenn es jetzt kurz so knackig war bleibt gesund bis zum nächsten mal